Hallo liebe Leute! Willkommen zurück zu meinem... Hast du auf langsam gestellt? Ja. Ich glaube schon. Nach einer Folge Gartig-Phone. In die Begrüßung. Ich hab Angst! Ich glaube schon, auch wenn die Zeit wieder oben zu schnell weg geht. Mit dem Manu, dem Zornbär und dem Maudado. Hallo. Hallo. Toll, jetzt hatte ich keine Zeit mir Gedanken zu machen. Oh, ich hab... Ich hab mir vorher mal wieder Gedanken gemacht. Ich freu mich jetzt einfach schon auf alles, was daraus entsteht. Ich liebe Gartig-Phone. Ich... Ich liebe es mit euch aufzunehmen. Einmal im Monat. Wir können gerne öfter, aber Manu flamet mich dann. Ich nehme gerade einen Satz, der mir von einem Zuschauer so ungefähr vorgeschlagen worden ist. Wow, kann er nicht mal mehr selber denken? Weißt du... Warum bin ich der Einzige, der hier vorbereitet ist? Was? Ich bin auch vorbereitet. Können wir jetzt bitte starten? Starte das Spiel! Okay! Wehe, es kommt wieder irgendwas mit Zombie und Käse. Ne, indem du mich das eine Mal dafür geflamet hast. Gibt's das nicht mehr. Kein Käse für dich. Warum denn nicht? Wormische Zombie-Käse-Meter hier. Ich weiß nicht, ihr möchtet den nicht von Zombie geflamet? Wie kann... Wie können... Ach, dieses Füll-Tool ist so hässlich und scheiße. Alter, was hab ich denn für ein gutes... Boah, ich liebe den Begittnis, was ich bekommen hab. Wird hier mega gut. Bestimmt das von meinem Zuschauer. Oder von Maudado. Ach, nicht von mir. Okay, alles klar. Ne. Wobei ich glaube ich das von Maudado hab. Das hier klingt nach einem Maudado-Satz. Woran erkennst du das? An den hasserfüllten... Kon-no-n-sion. Okay, ich hab eigentlich glaube ich keine hasserfüllten Wörter benutzt. Ne, aber ich kann ja zwischen den Wörtern lesen. Ja, Maudado hat wirklich sehr viel Hass in sich, Leute. Sehr viel. Ganz böser. Und ich weiß nicht warum. Was ist los? Haben die das Füllwerkzeug schon repariert? Nein. Ne. Ne, die können das nicht reparieren. Kann man nicht. Das ist einfach unmöglich. Oh, ah doch. Ich glaub, die Person hat alle Zähne. Also ich sag mal alle Zähne. Die Person hat alle Zähne. Ja? Hä? Wovor redest du? Die Person, die ich male, hat alle Zähne. Ich hab ihr erst nur einen Zeilen gegeben. Aber sie hat alle Zähne. Gibt sie irgendeinen, der nicht mehr alle Zähne hat? Ne. Haben wir lange Zeit? Ja, Gott sei Dank. Ich bin halt noch nicht einsatzweise fertig. Ja. Es ist langsam. Das ist echt unfair. Was findest du unfair? Dass es eben hier Sachen gibt, die ich seit 30 Jahren nicht gesehen habe. Hm. Wir können auch nichts dafür, dass du dich nicht wächst und die Hose in die runter ziehst. Was? Äh. Das war grad ein Witz, oder? Hoffen wir mal. Äh. Da wir nicht gelacht haben, vermutlich nicht. Ich muss malen. Ja. Maudato kann nicht lachen, wenn ich einen Witz mache. Nee. Das ist sein Ruf verteidigen. Das ist sein Ruf, der kaputt geht, nicht meiner. Wow. Willst du noch ältere Sachen auspacken, oder? Okay. Ach, das war auch ein Witz. Ah. Panzen. Hahaha. 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 Mr. Magic. Fickt euch. Außer Zomberg. Ja, wer kennt Mr. Magic auch nicht? Ja, das war wirklich. Hahaha. Geil. Ob davon will ich keinen Fickt euch abbekommen. Hahaha. Wo ist die Pimpette? Ach, wenn mal Farbe... Nee. Ah, die funktioniert irgendwie nicht. Wir werden übrigens so hart geflamed dafür, dass wir... Wir haben... Was ist das? Pinzette ist das richtige Wort, oder? Wofür werde ich geflamed was? Pinzette. Ah, ja. Dass wir immer Pinzette sagen. Da haben so viele reingeflamed. Ja. Dass wir nicht pipette statt Pinzette sagen. Wir müssen sich halt irgendwas darauf einbilden, dass wir wissen, wie es richtig heißt. Ist echt so. Ihr seid absolute Opfer. Wollte Maudato grad damit sagen. Ja, und eure Eltern sind... Cool. Okay, warte. Scheiß auf Farben. Ich male kurz... Alter, ist so easy. Ich bin schon lange fertig. Das Game ist Eds. Ich bin ja so froh, noch ansatzweise den Begriff fertig bekommen zu haben. Nein! Leute. Ohhhh. Warte, was? Das ist schön. Ich habe wirklich sowas Schönes bekommen. Das ist eigentlich lustig, dass ich ein Bild bekommen habe, was relativ ähnlich zu dem Begriff gerade ist. Oh, das bedeutet aber auch, ich komme mindestens drei Mal vor. Was? Hä? Drei Mal? Ja. Also bei mir kommt Manu vor. Wir vermissen dich halt alle so sehr. Ja. Vielleicht das sogar vier Mal? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Manu kommt dreimal vor. Manu. Komm in meine Arme. Was? Ich komme. Hä? Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott, ist das schwer. Musst du gerade nicht einen Satz nur malen und kein Bild erkennen? Einen Satz malen? Hä, ich muss einen Satz... Ja, ja. Aber du sagst, dass du es nicht verstehst. Ja. Ja. Okay. Oh nein. Ihr habt mein Ding verkackt. Hä, wie habt ihr das ge... Du kriegst dein eigenes nicht. Manu. Falls du es immer noch nicht verstanden hast. Gar nicht. Nein. Meins ist so ähnlich zu dem, was ich eingegeben habe, dass es so wirkt, als wäre es einfach falsch gelaufen. Oh nein, ja. Du kriegst nie das eigene. Ja, mein Ding nicht verstanden. Wenn du nur mit 10 Leuten spielst und 10 beimalen musst, kriegst du nie deins. Nein, ihr habt es einfach nicht verstanden. Ich glaube, ihr habt es wirklich einfach nicht verstanden. Das wird so ein... ...Cursed Picture. Die Pipette funktioniert gar nicht. Ja, bei mir funktioniert sie auch nicht. Galileo Cursed Pictures. Ich gehe mit der Pipette auf einen riesigen grünen Kreis, den ich gezeichnet habe. Boah, da steht gerade irgendwas mit Verbindungabbruch, aber es geht wieder. Und da ist alles weiß und manchmal sehe ich irgendwelche Pixel und da steht hier zum Beispiel Plays... Plays... ...TV. Station. PlaysTV? Hä? Wie soll ich das denn noch retten? Es ist nicht möglich. Ich habe hier so richtig coole Schokokekse. Oh, nice. Weil ich habe eine Webseite gefunden, auf der man sich Donuts auch bestellen konnte. Aber normal. Die dann irgendwie so... Die waren ultra gut verpackt. Die hatten alle so eine eigene kleine Schachtel, wo die überhaupt nicht zertatscht werden konnten. Und waren auch ultra gut gekühlt. Dann habe ich mir zwei Donuts und Kekse bestellt. Und Kekse waren drei Stück. Das sind so ultra coole dunkle Kekse mit weißer Schokolade. Ultra nice. Oh, man. Ist aber was Regionales bei dir oder machen die das deutschlandweit? Äh, ich glaube deutschlandweit. Oh, okay. Weiß es nicht genau. Äh, okay. Ich hoffe, er hat es gespeichert. Ich habe nichts gedrückt. Ich bin... Ich habe zur Zeit warten, dass der Leiter die Albumsüge. Ich bin der Leiter. Neue. Nice. Wir scheinbar deutschlandweit. Okay. Ja, ich bin einmal ganz kurz disconnected vielleicht deswegen. Aber cool, dass man reconnected. Ja. Manu springt von dem 5 Meter Turm in einen Mühleimer. Ah. Ah. Das habe ich gemalt. Wiii. Ah, die Meternzahl war wichtig. Manu macht einen Hechtsprung in einen Mühlturn in einem Pool. Okay. Ich habe gedacht... Iiii. Aber wie krass das ist. Ekelhaft. Die Perspektive ist richtig merkwürdig aber so. Ja, es ist lustig. Ich habe keine Ahnung. Er fällt aber seitlich. Ja, ne. Ich wollte, dass er von links nach rechts reinspringt. Wegen Lichtschwunden. Machst du es noch mit der Maus oder machst du es mit deinem Grafiktablett? Ich mache es mit dem Grafiktablett. Ah, okay. Aha. Ja, aber warum soll ich mit der Maus malen? Ich mag mit der Maus malen sehr gerne. Ich mag sogar lieber als mit Grafiktablett. Ich hatte schon mal ein Grafiktablett, aber irgendwie... Luigi staubsaugt. Mario weg. Toad und Defiance. Toad dead. Ach, das Toad dead. Ich dachte, das wären die Hände, die so hochgehen. Ja, da war keine Zeit mehr. Luigi saugt Mario ein. Toad freut sich. Oh, nein. Ja, das kann man... Hey, saugt Mario ein. Luigi saugt Mario ein. Luigi saugt Mario ein. Ja, und Manu hat wahrscheinlich den Satz geschrieben, dass Manu jemanden einsagt. Genau, richtig. Und deswegen war ich verwirrt. Ja. Deswegen war Manu schon am saugen. Ja. Okay. Manuel saugt riesige Fliegen ein. Ah ja. Ah. Ach so, das geht auf seine Staubsauger-Geschichte, glaub ich. Ja. Manu staubsaugt, rief deinen Mund auf. Und die sind nicht riesig. Aber... Ja, okay, das ist aber lustig, dass Manu und Luigi ohne Staubsauger malten, der mit dem Mund saugt und nicht Manu ohne Staubsauger. Das sieht aber geil aus, der Manu. Ja. Ja. Fällt euch zwar bei euch auch die Gigi um den Kopf? Ja. Die war bei mir, aber da. Die hab ich nämlich zuerst gemalt. Das hab ich... Ja, ja. Oh, ja. Das hab ich bekommen. Ja. Oh mein Gott. Klick weg, klick weg. Klick weg. Oh. Mann. Hä? Wie du hattest... Wie viel wenig hast du gemalt? Ich hab voll lange mit diesem Grün rumgehadert wegen der Pipette, dass es nicht geklappt hat, das wieder neu auszuwählen. Für die Ohren. Aber die Kleidung von Schreck hast du gut getroffen. Danke. Mit seiner kleinen, braunen Weste. Ich bin ein Fan-Geist. Ich bin froh, dass ich deine Maske überhaupt noch hinbekommen hatte. Aber ich find's wunderschön. Ja. Wie nett Schreck oben aussieht. Allgemein. Der unten sieht auch freundlich aus. Ja, der macht einen Heiratsantrag. Wie soll der denn aussehen? Wie ein absoluter Wurzel. Wie Schreck. Hä, Schreck sieht immer nett aus. Was? Schreck sieht immer nett aus. Alles klar. Ich glaub wir haben unterschiedliche Filme gesehen. Manu hat das als Kinder als Horrorfilm gesehen. Schreck ist doch ultra nett. Manu hat noch Albträume, wie dieser riesige Lebkuchen-Mann schmilzt. Ja. Und an den Walker greift. Okay, ich hab noch einen einzigen Satz. So, fertig. Manu einfach ultra prepared. Boom. Hahaha. Was? Also wer hat das geschrieben? Ja, das würdest du auch bei dem Satz sagen, den ich hab. Oh nein. Maudado. Oder nee, Zombie ist das. Ich hab den von Maudado. Das ist von Zombie, ich hasse dich. Oh Gott. Ich hab noch nie so wenig Lust, etwas zu zeichnen. Ich versteh meinen Satz nicht mal. Komm auf jeden Fall von Zombie. Okay. Wunderbar hast du meinen Satz. Ich hab Maudados. Hast du ein bisschen Input, Maudado, wie ich das malen kann? Hast du einen Input für mich? Alles ganz normal. Alles ganz normal. Geht ja auch da. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Ähm, Zombie, das Problem ist aber, ich kenn vielleicht zwei Leute gefühlt in diesem Universum. Okay, dann hast du nicht meins. Ich hab nichts mit Leuten geschrieben in diesem Universum. Dann ist das von dir, du Affe. Oh nein, von dir. Ey, du kennst doch wohl mehr als zwei Leute. Ja, okay, mir sind gerade noch zwei eingefallen. Das soll reichen, aber... Das eine, es gibt auch ein Rentier. Oh mein Gott. Wie malt man das? Dann google doch einfach schnell. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Dann hast du ein Bild von der... Okay, ich hab das Tier gewechselt. Ups. Oh, Zombie. Guckt Zombie das oder was? Ja. Ich bin ungefähr 400 Folgen hinterher, aber ja. Okay. Ich hab trotzdem 600 Folgen gesehen, aber es gibt auch 400, die ich nicht gesehen hab. Das ist so schlimm. Also für mich ist das sehr aktiv. Ich würd auch echt gern aufholen, aber die sind so mit Filler gestopft, die Folgen. Du kannst One Pace gucken, da schneiden die alle Filler raus und so. Gibt's? Ja. Es ist ein Fanmade-Projekt, aber die sind noch nicht aktuell. Ich weiß nicht, was das letzte Kapitel... Aber schon... Die werden wahrscheinlich an Whole Cake Islands sein oder so. Also schon recht weit. Ja, genau da, wo ich aufgehört hab zu gucken. Perfekt. Ja, grad bei Dressrosa ist das halt wohl ziemlich gut. Ich dachte, du bist jetzt, keine Ahnung, was du von 400 Folgen gesagt hast. So, keine Ahnung. So kurz... Äh... Nach der... So bin ich jetzt nicht. Nee, okay. Gut, ich hab eine Person fertig von vieren. Das ist nicht viel, aber derjenige, der es kriegt, weiß ja jetzt, worum sie geht. Ich weiß wahrscheinlich nicht. Mal halt wenigstens das Kopfaccessoire. Ja, natürlich. Okay. Oh nein, ich bin gar nicht fertig geworden. Willkommen im Club. Ja. Bin so ein bisschen fertig geworden. Okay. Oh mein Gott, ja. Alter! Alter, was ist das denn? Das ist... WTF, das ist so nie passiert. Hä? Was hast du da in der Hand? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab ein bisschen versagt. Ich hab alles falsch gemacht. Wie kann man denn alles fertig... äh, falsch machen? Hast du gut gemalt, Manuel. Die zwei, die du gemalt hast, haben wir gekannt. Ich hab das Tier, ich hab das falsche Tier gemalt. Und ich bin mit allem nicht fertig geworden. Ah, scheiße. Du hast das Tier auch nicht mehr geändert? Ne, ich hab hier keine Zeit. Wie... Wie kann man das falsche Tier malen, wenn ein Tier im Namen steht? Ne, du, du wirst es erkennen. Du wirst sehen, wie das... Ich hab das nicht... Ich... Also... Ich kann euch jetzt schon sagen, ich hab das nicht erkannt. Was ist es? Eine Ziege? Als Ameise verkleidet? Nein, das nicht. Aber ich... Irgendwas sagt das Bild ja aus. Ich hab keine Ahnung. Das ist gelogen. Das ist cool. Das ist ein cooler Begriff. Hä? Was hat der Typ an? Kleidung. Danke. Bitte. Okay. Mal random gruselig lachen. Das ist eigentlich so ein Ding von mir. Danke, dass du das klaust. Ja, tut mir leid. Ich hab dir schon deine Begrüßung geklaut. Stimmt! Das hab ich schon wieder vergessen. Hallihallo hat davor noch nie jemand auf Youtube gesagt. Eben. Oder in Deutschland überhaupt. Ja. Oben war ich noch nie. Warst du noch nie betrunken? Hast du grad einfach random gesagt, du warst noch nie betrunken? Hä? Ja. War ich auch noch nicht. Machen wir den Club auf? Okay. Ich war schon betrunken. Das glaub ich nicht gerne. Okay, die Hand sieht aus wie ein Penis. Hahaha. Tut mir leid, Monado. Ich hab's versucht noch zu ändern. Geno, zu Friedensquote als Strohhutpiraten. Aha! Hahaha. Ja, da war das von Mani. Hahaha. Hahaha. Hier ist Raffi und Maudado Lissop von One Beast. Hahaha. Boah! Wie geil. Wie scheiße geil. Der Maudado ist wirklich cool. Alter. Was ist Maudado? Wie geil. Wie Lissop. Wie Lissop. Ich würd's nie erkennen, wenn ich jetzt nicht wüsste was es ist. Aber es sieht mega gut aus. Boah Dom. Das ist einfach voll das Alien, ey. Hahaha. Hahaha. Das ist richtig gut gemacht. Klaus ist mal wieder gemein. Alles ganz normal. Hahaha. 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 Klaus beleitet alle als Hurensohn. Hahaha. 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 Ich hab uns einfach nur noch Spaß hingemalt. Wusste nicht mal, dass es um uns geht. Also ja. Ja. Steht ja auch nicht da. Ist nur gemein war es ursprünglich. Boah wie traurig wir beim ersten Bild gucken. Ne du guckst bütend. Ah ja stimmt. Du willst nie direkt. Vor allem mit der Geschichte, dass Zombay gerade das Wort gesagt hat. Klaus füttert Zombay mit seinen Locken aus Nudeln. Ah. Ja deswegen hab ich den Namen noch hingefrieben. Hahaha. Wie geil. Hahaha. Hahaha. Iiiiih. Masselle. Perfektion. Wie geil. Wie fett Zombay ist. Hahaha. Hahaha. Oh ich liebe es. Hahaha. 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 Ah jetzt verstehe ich auch. Das war, das war Tomatenshose. Jaja. Ah. Ah. Das hab ich oben gar nicht verstanden. Oben dachte ich grad das wär ein Hut. Ja seh ich. Bis du's gemalt hast auch nicht verstanden. Ja genau. Hahaha. Jetzt geht der zuweilen. Jetzt haben wir ja auch noch ein Zombay-Latzat. Ja. Sau geil. Hahaha. Geil. Ritter Maudado reitet auf einer Katze in die Seite. Was? Ah. Da. Das ist eine Katze. Das ist ein Fuchs irgendwie mehr. Ja. Ja. Ja danke. Okay ich hab nichts falsch gemacht. Maudado reitet einen Fuchs mit Halsband. Was? Mit Halsband? Hab ich gar nicht gelesen. Hahaha. Hahaha. Hey wie langsam malst du Klaus? Hahaha. Sagt der Typ der irgendwie einen Kopf gemalt hat von Viren. Hahaha. Ja aber sehr langsam. Hahaha. Sehr langsam. Weil es ist schwer das ist um Fuchse zu malen. Du willst sie nicht verhauen. Hahaha. Hahaha. Und das ist dann das was rauskommt. Hahaha. Deswegen musste ich lachen irgendwann random. Hahaha. Ach so. Ach so. Als ich mit dem Gesicht fertig war musste ich lachen. Was ist auf deiner Hand da Maudado links? Es sollte ein Schild werden aber ich hatte Panik und hab alles gefüllt. Ah. Ich hatte keine Zeit mehr. Ah geil. Mit Schneckchenwappen. Ah. 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 Gehen nochmal alle durch. Ich will nochmal ein bisschen sehen. Geh nochmal hoch. Ach. Ich will nochmal mein eigenes sehen. Das ist richtig gut. Ja. Hahaha. Hahaha. Aber schön dass du uns auch so klein gemalt hast Manu. Genau wie ich. Hahaha. Ja. Oh nein. Es küsst. Hahaha. Ist echt küsst. Vor allem hast du Ruffy nicht mehr irgendwie so ein bisschen dehnbar gemalt. Keiner von beiden. Ja das stimmt. Meine ganze Zeit. Meine ganze Zeit. Habe ich in mich reingeschickt. Ach der Hut reicht doch. Dein Hut hat nicht mehr. Ja. Aber das stimmt. Maudado hat Ruffy wenigstens das Hemd an. Ja und das und hier den Dings. Das rote Band nur auf GLP angepasst. Ja. Auch sehr nice. Yes. Sehr detailreich. Deshalb hat sogar seine Brille hier runterklappen können. Ja. Ja aber so ein Schneckchenaugen. Hahaha. 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 Okay. Noch ne Folge? Oder war's das? Äh. Ja. Ja. Achso. Danke fürs Zusehen Leute. Haha. Es kommt noch ne Folge. Tschüss. Dann lohnt sich doch die Glocke zu aktivieren. Hahaha. Hahaha. Schau deine Beschreibung rein. Das sind die anderen verlinkt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.